Von alle Welten, aus der Welt vom Buch der Gewalt ist. So hat der Schriftsteller Heinrich Heiner ihm wohl formuliert. «Agenie des Welt» kommt am November ein ganzes Weekend lang, ob die Walfa Bücher, die ich entdeckt ging. Wir sind immer so frisch zu Walfa, dass die Bücher dich schon 22 Jahre alt sind. Aber es verwendet all die Stände, dass die Friede im Lesen, Friede im Buch, das Fisch-Walfa, die Rendezvous, wo alle Freunde vom Buch sich empfangen, an wo auch den Autor ein Kontakt mit seinem Leser kennt, das nationalen Event, es geht sogar über die Großregion, über das Fiat-Buch, wo alles rund den Bursisch-Heutz-Walfa zusammen sammelt. Die Bücher, die ich verbannen, an auch Literatur, auch verbannen, wird der Kulturminister Xavier Bettel, der Sänger, riert am Kader von der Eröffnung von der Bücher vor einer Strachhurt. Literatur als wertvoll, gerade an der heutigen Zeit. Nicht nur mir hilft, die Menschen nämlich auch an seiner Gesamtheit sich zu gesehnen, ist das auch ein Brick. Das ist auch ein Brick. Die uns der Leib der Lehre tischend der Aller an der neuen Welt auch aufrecht zu halten. Sie hilft, die Vergangenheit zu verstehen, die uns in Präsent zu interpretieren und auch die Zukunft vorzustellen. Da passt das, das der Hauptthema von den Büchern der neue Welten war. Eine Reflexion über die Zukunft vom Buch, mehr auch über die modernen Kommunikationsmittel, an den Bereicherungspunkten der Schindalen an neuer Medien. Bei der neuen Welt, die nun geht, muss ich so, dass ich einfach durch die Reflexion, die ich schon für meinen Diskurs mache, mich gefreut habe, wer ist denn eine neue Welt und wer ist denn eine Erlwelt? Wer ist denn eine neue Welt? Und effektiv, wenn ich darüber reflektiere, dann muss ich so viel Potenzial an der Frohe aus von Erl und Neu, die nicht unbedingt opposiert sind, sondern die viele Verbindungen haben. Wer in der Weife Bücher dich kennt, weiß, auch rundherum geht es viel zu erleben. Für Konzerten, über Lesungen, bis zur RTL-Dikte, als für Jeterin etwas dabei. An diesem Jahr, kommt vom Vierfeld von der Bücher dich für die zweite Kär, der Herrspielpreis für Radio 100,7 vergehen, an auch der letzte vorher Buchpreis, als nicht mehr erwäschte zu denken. Genauso wenig für die Ausstellungen. An der Maison Dufeng, kommt der Exposition La Dynastie Luxemburg-Nassau, wo Marc Schöntchen besichtigt ging. Schüler vom Lycée des Arts et Métiers wurden zudem Auteure von der Shortlist vom Lezebuer Buchpreis porträtiert und auch der Round-the-Story-ASBL war präsent. An einem Festzelt, wo sich der Weife Fotofren auf ganz unterschiedliche Maniere mit dem Sujet von der Weife Bücher dich beschäftigt, an der Welten an der Bild gesagt. Aber zurück zu den Büchern, für den Alljahr bald 45.000 Leute auf Walfa kommen. Der Fried und Buch. Wir können sie besser vermitteln, bei den vielen Auteuren, die auf der Bücher dich präsent sind, für neue Wirka-Vierstellen und für die Publik lesen. Das Jahr hat der Bücherbuss von der Nationalbibliothek ihr ganz persönliche Kader für Lesungen geschaffen. Es wird für uns allen auch gelesen, nicht für Bücher zu kaufen, sondern sich stehen und schreiben zu lassen und zu diskutieren. Aber auch vielleicht die Leute denken, können wir mit den Leuten schwätzen, die sagen, ich bin ein Bücher da zu kaufen, weil die sagen, das ist am Anfang auch nicht. Und ja, das für Leute zu begegnen, das ist interessant. Der Fried und Buch. Sie soll schon bei denen klängste für Obrechung sorgen. Gucken, drehen, nur lauschen. Dafür sind die Books for Kids bekannt. An diesem Jahr, wo so viele keine Bucharteure viel geliehen, wenigstens. An auch ein Buch bei einem Atelier, wo dazu auch geladen, selber kreativ zu gehen, also gut ein bisschen Buch mit ihm zu holen. Apropos, mitmachen als Programm besonders für die Schulen. So hat sich der Lise des Haares Metiers dieses Jahr in einem anderen mit einem Filmprojekt engagiert. Wir wollten aber definitiv den Aspekt der Litzbauer Literatur unter mir bringen. Und dadurch, dass es eben die Idee kommt, dass wir Litzbauer oder das Leute in Jean-Poschert haben. Wir müssen dann aus einem Alltag begleiten, eben für die Entstehung von einem Buch, von der Inspiration bis zur Vermarktung, von der Hauptwahl verbichtet, die durchleitet, die ganze Prozedere eigentlich zu weisen. Und auch die Schüler vom Lisee Robert Schumann sind als nur Worstreporter in der Wege gewischt, und hinterjur gemacht, ein Fotogeschoss. In Bücherdicht Zeitung ist so, ob der Platz produziert gehen. Wie es sich an den Hall und M geguckt hat, konnten Rötsch Bücher frem, ob der sich nur Liesmaterial für Langwandter beobachten. Viele Visiteuren, und natürlich auch Aussteller, kommen schon hinterjuren, ob die Bücherdicht. Matto Bay sind natürlich die vielen professionellen Akteuren aus dem Buchsektor. Verlager, Auteuren, Illustrateuren, Bibliothekären. Und natürlich dürfen auch die Libraeren nicht fehlen. Also, der Libraer hat, ob der Walferbücherdicht besichert, immer gewischt, von Anfang an. Ich muss sagen, Walfer hat sich entwickelt, dass es so etwas wie den Mäcke von der Letzebäuer Buchfeld fällt. Der Welt vom Buch ist unendlich groß. Befliegelte Fantasie er mescht nahe Dieren ab. Er nimmt er sicher. Es geht nach viel zu erzählen. Rundevur am nächsten Jahr auf den 23. Walferbücherdicht.